Hallo und herzlich willkommen zurück bei Force of Nations 2. Ah, Schwefel, 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 Schwefel. Oh, das ist fertig. Den gehen wir gleich darüber. So, rein, da. Okay. Oh. Wir brauchen was zum Essen. Hm. Was könntest du da leckeres machen? Fleisch, Mehl, Wein. Die Mietpile, der bringt immerhin 45 auf. Das Brot bringt 30 auf. Also Eier und Wasser noch dazu. Aber kein Wasser. Hm. Ich habe ein bisschen Brot. So. Das heißt, ich bräuchte Eier. Einen haben wir noch genug. Wir bräuchten vielleicht auch mehr Mehl. Ah, warte mal. Wir haben zuerst einmal Knochen hier. Hier. Dann haben wir noch Holz hier. Geht sich nicht mehr aus. Papa Scrap. So. Gut, ich brauche Eier. Ah, ist sie fertig. Sehr gut. Die Gänse haben immer noch nichts. Ja, ich weiß. Wie geht es dem Futterdruck? Dem geht es gut. 16 Wasser. Dann werden wir bald wieder Wasser brauchen. Und dann haben wir noch Kompost. Dünger. What? Dünger. Machen wir bitte normalen Dünger. Da noch einmal. Die restliche Kacki gehen wir da rein. Dann brauchen wir Wasser. Da kommen wir gleich nirgends ans Wasser. Na komm. Da kommen wir weiter. Und dann können wir es quasi gleich nochmal anbauen. 90 Pfeile haben wir mit, das ist okay. Wir bräuchten aber einfach mehr Heilung oder bessere Rüstung. Wo ist denn ein Schild? Some. Und dann schauen wir mal, wie weit er ist. Das können wir rausnehmen. Dann schauen wir mal, wie weit sie hier sind. Lass mich mal rein. Die Milch nehmen wir mit. Schaf haben wir immer noch eins, dabei haben wir da schon gesucht. Ja, ja, ich weiß. Hier braucht es immer noch einen Futtertrog. So. Tür war da. Gut. Die Kacke, gehen wir mal da ran. Hol mal ein paar Dünger ab. Und gehen wir mal einpflanzen. Ich weiß nicht. Ja, aber etwa ist das immer halt nicht egal. Da können wir noch was rein tun. Gehen wir mal rein. Einmal auf. Ne, ich wollte die Exkremente haben. Danke. Gut, einmal raus da. So, das Wasser. Der Dünger kommt da ran. Dünger. So, jetzt haben wir elf Eier. Da fehlt mir das Fleisch, aber da haben wir die Eier. Ich will mal wieder Eier, okay. Und dann fiel langsam das Mehl. Okay, also lieber in die Mühle. Machen wir ein paar. Da haben wir noch ein bisschen was für Dünger. Gut. Und da. Ein bisschen Wasser. Ein bisschen Wasser. Also, wir kommen hier. Dankeschön, irgendwann finde ich ihn noch scharfer. So, da drüben haben wir den Lebstuhl auch drauf. So, den können wir da herangeben. Sehr gut, so, guter Druck. Mal da rein. Schauen wir mal den unteren Futterdruck an. Ah, da fehlt so ein Futter. Na, die großen Viecher brauchen mehr. Dann gehen wir das mal da rein, schauen, wie viel Dünger fertig ist. Kann er nochmal durchpflanzen? Ne, können wir nicht, wenn wir kein Wasser mehr haben. Ah, Wasser. Okay. Auch echte Brunnern. Oder mehrere Brunnern. 20 Brunnern. Gut ist fertig, sehr gut. Da brauchen wir Construction dafür und von Construction müssen wir Eisen finden. Dazu müssen wir wieder in die Mine rein. Und nein, die Viecher spawnen nicht da drinnen nach. Sondern es stehen einfach so verdammt viele rum. Aber ich könnte mal Bomben rasteren. Ich meine, man hat sie ja nicht ohne Grund. Müsst ihr mal nutzen. Dann beschäftigen wir uns mal mit Bomben. Beschäftigen wir uns mal mit Bomben. Dann schau mal mit Bomben. Hm, ich bin weit weg. Ach, kommen wir da oben. Nein, da. Nein, da ist nicht. Das brauchen wir gleich. Das können wir raus tun. Das können wir raus tun. Oh, das ist nicht. Das können wir raus tun. Die sagen, hier wiegt mit Dünger. Da nimmt eh das richtige Wasser. Da nimmt eh das richtige Wasser. Was? 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 Das ist? Eben. So, da ist noch alles drinnen. Da könnte man nachlegen. Gut. gebt mir eure Eier. Sehr gut. Ich weiß, ihr Gänse habt immer noch nichts. Tut mir leid. Ähm, nicht wirklich, aber egal. So, die Mühle. Kommt hier noch ein bisschen abert. Das Wasser kommt da rein. Nein, da. Okay, da haben wir noch 40 Sabat. Das ist schon mal ein Anfang. Und jetzt schauen wir mal kurz zum Alchemie Tisch. So, ich hätte gerne Nein. Ja. Left shift zum Merken. Gut, ich brauche dazu Leder, Qscord und Schwarzbrücher. Mhm. Dann holen wir uns mal Kohle, Salpeter. Ja. Da kommen wir. Ja. Und Schwefel. einen mörser und eines das ist der steinmörser wieso kann ich den hier nicht ich hab doch hier einen mörser dann ist der im bonfire oder irgendwo habe ich noch im bonfire ich weiß das ganz genau ja mörser haben wir da das heißt wir bräuchten klee wie viel ja reicht einen mörser bitte für das andere brauchen wir nicht den klee sondern brauchen wir die platten und holz und zwar für die hier ja der ist auch gleich fertig bräuchte dann wieder machen wir nachher ein da ein da mach mir mal bitte schwarzpulver da brauchen wir winegear also ein bisschen white power chemie level 2 also ich brauche noch mehr schwarzpulver wo man mangelst ein grad an salpeter habe ich befürchtet da ist gerade nichts mehr so schwarzpulver kacke kohle und wasser ich will was sogar haben wir noch ein bisschen euch fehlt gar nichts euch geht es blendernd hier gibt es noch viel schneller die kacke und eier die ich auch noch brauche und eier die ich auch noch brauche immer mal eben da rein so ich brauche wasser blick zu der kacke okay Das heißt, ich brauche noch mehr von euren Exkrementen. Geh rein da, mach zu. Zwift welche Größe oder wie? Neun ist ein bisschen wenig. Wir hätten da eine Türe reinmachen sollen, vielleicht geht das dann. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Dann sollen die halt zusammen herrum rennen, ist mir auch egal. Ja, wobei ich schon angenehm war, die ganzen Hühner nebeneinander zu haben. So, ich bräuchte das nicht. So, noch mehr Salpeter, mehr geht da gerade noch nicht, auch noch ein bisschen mehr Salpeter. Jetzt will es mir dann wieder an der Kappe. Gut. Okay, wie viel ist da jetzt schon fertig? 37, das ist eigentlich ganz gut. Mach mir also falsche Wasser. Habe ich derzeit ganz gut, hol mal Wasser. So, doch. 29 sind fertig, jetzt sind es wenigstens 30 Jetzt kannst du mir hier wieder Brot machen, 24 immerhin Ich sollte es immer noch beim Dünge machen Das bringt aber nix, gut, da man Das ist leider auch nicht gefiltertes Wasser Kleinen Samen haben wir auch noch ein paar Und Weed auch So, wo haben wir die Fee dann? Waren die nicht mal da? Da habe ich sie reingetan So Das kann man da reingeben Sehr gut Raus damit So, was braucht man noch? Seile, Weingier und Schwarzbücher Ah, er arbeitet an Salpeter Während wir warten Machen wir ruhig das So, Weed So 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 Gut, ja kühle, kommt her. Das dauert bis das fertig ist, gehen wir wieder rein, dann schauen wir mal wie weiter ist. Also Testtube, Testtube habe ich auch noch keine. Müssen wir mal eine machen. Ich glaube, die wir auch was tun. Einfach mal. Testtube, genau. Das war eh die, wo ich mich gegründet habe, dass ich noch keine gebraucht habe. Jetzt weiß ich, wann ich sie brauche. Wachstums, Elixier, im Quartier, im Quartier, im Quartier. habe ich irgendwo noch holz holz und dazu brauche ich glaube ich habe ich keine zündnis mehr hat moment da habe ich noch welche muss da eindeutig wieder welche machen da rennt jetzt wieder kohle durch das ist fertig braucht aber jetzt test tube dann machen wir ein paar davon leder und black power dann schauen wir mal sich ganz neu machen haben ein sauberes was da kann man noch was reingehen die betten komposter sind fertig das heißt was warte mal was sogar ja das haben wir auch nicht viel irgendwo exkribente danke gut rein da mal 20 und aus, weil wir schon wieder keine Kacke haben, mann ok, kann ich mit dem Straw noch irgendwas anfangen? wüsst du im Moment echt nicht was? der Alchemitisch ist schon wieder fertig ah ne, sie ist gerade am machen, oder ich mach gerade wird mal Kohle fehlen, ok jetzt fehlt mir Salpeter wieviel können wir noch mitnehmen, da haben wir jede Menge Salzpulver gut, dann geben wir mal alles so wiederholen wir uns schnell das gibt's dem auch und dann arbeiten wir da mal schnell fertig und können dann vielleicht gleich ein paar Granaten bauen jetzt sagen wir das müssen mal so jetzt sagen wir das müssen mal so sehr gut und beim nächsten mal können wir die austesten kann hurt you ja, ja, ich weiß auf die bin ich gespannt vor allem weil sie auch so teuer sind nur Kraft ok, und dann würde ich sagen, ich schau was ich noch herstellen kann und wir sehen uns beim nächsten mal da probieren wir die Granaten dann aus also, bis dahin tschüss wir Vielen Dank.